Ein Vierteljahrhundert erfolgreich im Beratungsgeschäft Das Jubiläumsevent von der Porsche Consulting spricht einfach für die Porsche Consulting. Porsche Consulting steht für mich vor allem dafür, dass sie sehr lösungsorientiert denken und handeln. Steht natürlich erstmal für eine exzellente Beratung, mit dem Namen im Hintergrund auch eine gewisse Art von Seriosität und auch Individualität. Wir haben Porsche Consulting insbesondere auch als großen Networker kennengelernt. Also wir sind im Networking ganz gut, aber was Porsche abliefert, das ist halt schon doch nochmal eine andere Nummer. Es ist eine positive Verbindung aus einer langfristigen Tradition, aber dann auch mit dieser Agilität eines modernen Unternehmens, die immer wieder versuchen, neuen Twists in ihre Arbeit hereinzubringen. Nachdem wir in den letzten 20 Jahren vor allem unsere Produktionsprozesse mit Hilfe von Porsche Consulting verbessert haben, geht es jetzt in die digitale Transformation. Der End-Consumer ist jetzt sehr proaktiv mit all diesen digitalen Aktivitäten. Also wir sind ein Riesenfreund der Zukunft der Digitalisierung und vielleicht auch mit Porsche. Mal sehen! Veränderung ist wahrscheinlich das, was uns alle auch verbindet, die Leidenschaft, letztlich die Welt zu bewegen. Veränderung ist immer eine Chance. Bei uns natürlich gerade das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Aufgaben gibt es genügend für die nächsten 25 Jahre. Die Verantwortung für die Gesellschaft, die Verantwortung für das Klima und diese Verantwortung tragen wir auch heute in unserer Generation mit für die Zukunft. Das treibt uns an. Das war ein fantastischer Abend. Also 25 Jahre Porsche Consulting ist natürlich was ganz was Besonderes. Mit Porsche Consulting ist natürlich auch ein paar 25 Jahre. Das curry devietunen für die', wo man aufve instance da ist. Vielen Dank. Wir sehen uns los NachdenTats. Auch jetzt darauf ein parcel. Also haben Sie den Film. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nhимся씨ll. ważEN Oder auf reinforced�� lawn. Und wir sehen uns pandemia. Und wir sehen uns vorstellieren. oder hopSE Mal. Pe 來, will das dann hier. Vielen Dank.